Ja, mein Dummy-Beuner! Wir raten grad von Pöln, ne? Ja, hinten ist der liebe Doomcraft, den schon mal eine Zeit haben. Das ist ein Treuer, oder? Ja, und auch Klassen. Er liked auch immer. Meistens. Der dir das alte Slider gegeben hat, darauf bin ich auch sehr sauer. Ja. Also... Und zwar... Guck mal, geht sie an Minecraft hochladen? Das kann vielleicht sein. Ich hab sehr viele Videos auf meinem Kanal. Ich hab 150 Videos. Ey, dumm! Stonecraft, Stonecraft. Und den, den du gegessen hast. Wie viele Videos hast du? Ich hab aber auch so einen. Ich hatte noch den nicht. Ich hab 150. Cool. Hattest du dir auch so einen? Nee. Ja. Ich hatte gerade gegessen. Ja. Ja. Er... Er hatte hier seine Treine nebeneinander noch liegen. Ich weiß gar nicht genau... Ich hab mir so einen geholt. Ja, ich mir auch. Und du hast dir grad so einen gegessen? Nein, ich hatte keinen gegessen. Du hast zwei gegessen. Nein, einen. Einen hatte ich gegessen und einen hatte ich dem verkauft. Ich mein, er hätte eben einen Pinken in der Hand gehabt. Irgendwer von euch hat einen Pinken in der Hand. Ja. Als einen Strawberry. Warte mal. Du hast überhaupt keinen Strawberry. Du hast keinen. Du hast keinen. Du hattest keinen Strawberry. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Strawberry war über den Schoko hier. Du hast keinen genommen. Du hattest... Du hattest den hier, dann hattest du den Schoko und noch so einen weißen. Oh. Ehh. Ne? Der hatte doch... Guck mal. Das könnte... Louis. Louis. Der hatte einen Blue Sky. Dann gehört der hier noch dir. Ja. Kevin. Was hast du für einen so einen weißen? Kevin. Was hast du für einen so einen weißen? Kevin. Kevin. Hattest du so einen weißen? Keine Namen sagen. Krab mal. Dona. Frag mal einfach. Der verliert sein. Ne. Schau mal. Schau mal. Kevin. Du hast keinen Kanal, den ich nicht sagen kann. Oder bei Olo? Ne. Einen weißen. Dann ist Ruhe. Warum? Ne. Weißt du warum ich dich nach deinem YouTube-Kanal gefragt hab? Warum? Weil du ein Video hochladen sollst und dann macht mein Freund dir ein Intro. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Geh rein. Ich bin ein Blogger, also kannst du mich schreien. Was ist das? Und du? Der verliert sein Koffer. Ich hab den gepuscht. Und ich... Ich hab den gepuscht! Geh dis zu. Ja, ich will nicht mehr. Ja, ich will nicht mehr. Ja, ich will nicht mehr. Das ist Leo Sam. Ihr seid nett auf meinen Videos auf. Ja. Wir schneiden euch raus. Wir schneiden euch raus. Hehehe. Der hätte ja werben können, aber für irgendwas. Instagram oder so. Hey! Hey! Musst du dich nur installieren. Warte. Komm. Ich will mal jetzt lächeln. Geh. Du bleib mal bitte in meine Tasche. Leon, du bleib mal bitte in meine Tasche. Leon, du bleib mal bitte in meine Tasche. Du bleib mal bitte in die Tasche. Du bleib mal bitte in die Tasche. Der schmeckt dann zu geil. Das war der dummeste Star. Mein zukünftiger Kanal wird wahrscheinlich Gamer-LP heißen. Gamer-LP? Check dir nach, wenn da im Mund ist. Ja, das wird wahrscheinlich etwas... Hallo! Hallo, Apprents. Da ist Kevanzahl 2. Hm. Was? Hab ich nur abgebrochen. Hab ich nur abgebrochen. Jaaaa! Das wird groß, Leon. Ja, warte. Ja, warte. Ey! Hörst du den halten? Den hab ich abgebrochen. Äh! Mir schmeckt der. Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ey! Mach mal mit den Sonnen auf. Was? Schmeckt dir wirklich geklaut. Ja, ne? Machen bitte mit den Sonnen. Ja, noch einfach Bier. Wir haben da alles reingebächt. Tresch dir was ab. Du hast reichen! Also, wenn du kommt, kannst du dir was abtrechen. Ja, also. Das wird immer in Mülle! Das sind ja alle im Viertel! Das sind ja alle in den Viertel! Schoko. Mit bunten Smreuzeln! Ja komm! Ja! Ja! Ich bring euch den, ich bring euch den! Nice! Prächtet meine Hälfte durch und kippt den hier! Ja dann prächtet euch den! Das ist das große Eis! Meist ihr das Eis? Ja! Komm zu uns! Scheiße! Oh jetzt wirst du drauf! Zensier dich! Oder schreit dich schnell raus! Ja genau, dann ist er nur weiß! Platz! 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 Vielleicht glaub ich nicht so schlimm, oder? Mach bei mir einfach irgendwie so Smiley! Hier so ein lächelndes Smiley in Kakao! Nee, lächelndes Smiley in Kakao! Und deine Stimme ist total! Kakao sind geil! Kakao sind geil! Ja! Schöne Fahrer! Das hab ich auch zu dir in einem Video vorgekommen! Das muss ja Kameramann werden! Ich hab Kameramann! Muss jetzt einfach mal so halten! Also! So Leute! So Leute! Schaut mal auf, dass ich mich komplett wissen, das Video! Scheint vielleicht vielleicht noch zu kriegen, wie die Landschaft vorbei warst! Und ja! Wenn... Und... Ihr könnt's alle abonnieren, weil... Und Style! Und so ein Problem könnt ihr auch nochmal abonnieren, wenn ihr das Video nicht gesehen habt! Mehr Abos heißt mehrere Videos! Ja! Auch wenn... Auch wenn ich keine 150 Abonnenten hab, aber... Ich... Ich danke euch auf jeden Fall für das Video, wo ich 1100 Aufrufe hab! Das ist doch einer! Wie findest du das? Das ist... Ich hab 1100 Aufrufe auf einem Video! Like! Like dalassen, Leute! Like dalassen! Dislike! Like, 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 like! Das schneide ich raus! Was? Der Dislike! Abonnieren! Wie abonnieren! Abo, Abo, Abo! Abo! Ich geb dir, ich steh doch für dich! Hey Leute... Hierhin... ...ir haben wir Zeit für mich! Tean mal kurz zulansen, also... Also... Also wir... Wir, beide... ...saßen in dem Team... Auf jeden Fall noch beim Codeplay-Statmetik! Wir waren beide... Ja sag' mal... Nebeneinander in dem Zug! Nein! Und... Und dann hat sich... Alte Oma... Näg' das... Und dann haben wir einen Song... ja... Also nicht richtig so... Also nicht richtig so... Auf der Oberseite. Okay Leute, bisschen durchgedreht. Aber ich... So. Okay Leute, ich sag euch auf jeden Fall, kommen jetzt noch öfters Videos. Was? Ich hoffe. Auf jeden Fall kommen jetzt noch öfters Videos. Am Wochenende. Das ist auch noch für jemanden. Der kann auch noch bezaufen. Wo ist das? So? Nee, ich brauch nicht mehr. Ich brauch nicht mehr. Das ist mein Kameramann. Wir machen mal kurz... Ein kurzes Päuschen Leute, dann sind wir gleich wieder in der vollen Prachtmöglichkeit. Naja... Jooooo... Woh, 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 woh! Au! Ich versaufe voll mein Aufstieg. Okay Leute, auf jeden Fall... Äh, mein Kameramann filmt gerade. Und ja... Ich wusste, der Dome sich auch noch besorgen. Dome... Dome Kraft. Ähm, da ist Dome. Der Dome... Der Kölner Dome ist ja... Okay Leute, äh, ja... Wir sind mal kurz ab hier und... Wer drückt Pause? Was ist jetzt? Hallo! Na wen? Ihr wisst, ihr werdet grad gefilmt. Ja, ich weiß. Für Youtube... Nanette, ich geh dann mal wieder, ne? Ja, komm mal grad... Ja, ja... Ja... Nicht schnell genug, ne? Ob der sich hinten Kameramann... Ja... Da der Kameramann ist, der muss ja auch... Schönblatt bekommen... Er wird raus... Also, ey, bekommt jetzt irgendwas von mir, ne? Vielen Dank! Wer? Wissen, sollst du rausgeschnitten werden? Ja, soll ich! Möchte! Nicht, wenn ich rede! Bitte nicht zu ihr, Chef! Neue! Achso, du musst deinen Namen rausschneiden! Ich hab den Namen reingesagt, laut gesagt! Nächster, alles! Ich hab deinen Namen gesagt! Aber nicht seinen Nachnamen! Ich will mich da ganz offiziativen! Es sind verschiedene! Ich seh... Ich frem grad meine Nase schweig! Ich geb euch nen Tipp! Sooo... Mein Lieb... Sonnig... Freunde! Auf jeden Fall, ähm... Ich soll euch jetzt mal den Kameramann zeigen, Der ist... Hier... Ja, ich bin euer... Der Dimmel-Diener... Ja, jetzt ist sein Gesicht eh drauf! Jetzt sensier ich dich nicht mehr! Ich bin nicht! Ja! Fuck it! Du hast ja euch grad hinterm Sitz vorweig geschüttet! Jetzt kannst du erzählen! Ich bin der Kameramann und werde schon ein Freund machen! Was ist der Schwitzname? Dome Crap! Es gibt ja einen Stehlaus hier! Jetzt mach... Mach... Ich geh mal selber mal... Du bist dann aber was... Du bist dann aber... Du bist dann aber... Du bist dann aber... Ich nenn dich jetzt... Ich geb dir jetzt einfach mal einen Spitznam... Für meinen Kanal... Wir nennen dich Killer HD! Kebab! 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 Und nicht vergessen... Und da hinten ist Kebab... Und da hinten sitzt ein cooler YouTuber... Und hier sitzt noch ein cooler YouTuber... Der grad irgendwie Bild hat... Guckt... Und hier sitzt der beste YouTuber der Welt! Und neun! Und neun! Echt! So, du bist schon wieder auf der Kamera gewesen! Ich bin der Kameramann. Ich bin der Kameramann! Ich kann nicht so fühlen. Gib die Kamera doch mal, den Kameramann. Kameramann, film mich. Ich übernehme nicht. So Leute, und zwar ich habe schon die Zeit überreden. Videos kommen mir ziemlich oft auf meinem Kanal. Also wirklich gebeefst. Wehe. Ich mach jetzt extra einen YouTube-Kanal auf, um dich zu bieven und dir zu bieven. Nein, mach ich nicht. D-Abo. Alle D-Abo. Ich übermacht, das war ein Scherz. Es steht da so minus 100 D-Abo. Das war ein Scherz. Ähm, ja. D-Dossen, alle ich. Soll ich dir nochmal zeigen? 3,50 D-Dossen. Und dann schreib ich doch meinem Kumpel, der zu 20.000 Abonnenten. Der D-Doss sich dann auch mal in seinem ganzen Abonnenten zu 20.000 D-Doss. Alter, das wäre schon hart. Wenn du ne Waffe leckst. Du bist ja nicht fies und gemein. Ich bin nicht fies oder gemein. Ich bin nicht fies oder gemein. Nein, das ist super schlau. Und dem Wack, ich gucke mich am schlau. Ja. Irgendwann noch mit meinen Weltenkussen. Ich grüße. Kommt du da Feuer aus dem Boden? Kommt du da Feuer aus dem Boden? Kannst du mal die Hand loswerden? Ja klar, dann machen wir uns so Feuerlüsse. Zensiert. Deine Hand wird aber nicht zensiert, ne? Nein, eher. Muss ich hier drauf rein? Muss ich hier drauf rein und zensiert? Zensiert. Meine Augen. Gut Leute, ähm. Hau den kleinen Cut rein. Soll wir schön keine Maschine. Dann füßt's gleich. Mein Kanal, wenn du drauf bist. Willst du auch noch was sagen? Hallo. Also er öffnet wahrscheinlich bald ne Website. Kameramann.de 1.000 Euro pro Tag. Nein, 300 Euro pro Tag. So, du musst mal kurz raus aus dem Ding. Das ist DomeCraft. Abonnieren, nicht vergessen. Liken, nicht vergessen. Und kommentieren, nicht vergessen. Ähm, ja. Ähm, was ich noch sagen wollte. Jetzt bist du richtig drauf. Ich? Ja, grad übelst. Gucken wir noch was die anderen so machen. Machst du grade sehr spät. Ich hab grad hier Minecraft. Boah, hocha. Boah, alter. Was? Er spielt die neue Version. Boah, hocha. Echt? Er spielt sie die neue Version. Ach, gut. Ich kann. Er spielt sie die neue Version. Ey, Mann, Nico, lass mal. Alter, geil. So, er spielt hier Dunkin Donuts TV. Das Spiel. Ja, klar. So ein Template hat er von Dunkin Donuts geschrieben bekommen. Er spielt Flashpoint. Oh, 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 oh. So, Leute. Gucken wir noch was in der Pferde ist. Das ist ja cool, oder? So, jetzt sind wir wieder da. So, mal guck mal wer da macht. Er ist in die Unterwelt gekommen. Ich bin in die Unterwelt gekommen. Und baut sich jetzt wieder raus. Ich bin in die Unterwelt. Versuch es zu nicht. What? In der Unterwelt, da kannst du dich nicht rausbauen. Kannst dich doch nicht aus der Unterwelt rausbauen. Ich hab mich einfach irgendwo eingebaut. Oh, ich bin wieder draußen. Ich hab's geschafft. Hab's gesetzt. Dein erster Turm ist gleich gemacht. Da ist Dunkin Donuts. Immer noch. Ich schlag dich gleich mal hier. Ja. Er hat gelacht, Leute. Ich mach mal kurz. Seem, du bist. 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 Soll ich immer sagen? Seem, du bist. Seem, du bist. Ich suchst den Müll einmal ab. Seem, du bist. So, ich schlug mal ein Ding. Warum versteckst du dich? Ich nimm mit Innenkamera auf. Ich nimm mit Innenkamera auf. Ich nimm mit Innenkamera auf. Du bist gut nun hier. Lul, ich verwandle mich gesund. Ich soll dir den schenkern. Wie soll's denn deinem Vater denn machen? Da ist nix mehr drin. Das ist Angst. Was sollen wir machen? Der Louis sollte sich den in seine Tasche stecken und dem seinem Vater schenken. Warum? Äh, Akku, 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 Akku. Speck, der ist gut, der ist aus jedem... Hey, hey! Schön, Akku. Hey, warte mal. Äh, ist gerade geklappt. Ja, ja, das ist jetzt überlassen. Ja, 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 ja. Specks habe ich, äh, eingeschrieben, ja, er will noch. Sie, maaaah. Na, meine, 15 Liter sind mich nicht. Was soll ich vor? Keine Ahnung warum, die zweite Nummer. Hast du einen Kabel? Nein, ja, ja, schon. Ja, toll. Ich hätte jetzt auch was bekommen. Hallo! Hörst du die Musse? I see you too. Sie? Nee, der ist super cool. Oh, schade, ich kann fast. Das klingt hart schnell. Das klingt hart schnell. Das klingt hart schnell. Das klingt hart schnell. Wenn ihr mal Fragen habt, schreibt uns in die Kommentare. Ja, und? Ich bin noch prüfen Tag. Kamera gegen Kamera. Du bist zweifach aufgenommen. Vielfach? Oh, meine Ohren, ohhhhh. Ist das so lustig? Ja. Voller Druck auf die Ohren. Doch. So Leute, ey, ich glaub das war's heute für die kleine Mini-Aufnahme. Für die Aufnahme. Ich nehme jetzt schon 30 Minuten auf oder so. Ich schlag dich gleich mal mini. Und abonnieren. Und subtrahieren. Ja, das ist so cool, ne? Der zu nett auf Schlau hier. Da bist du nämlich nett. Ein großen Tipp. Ja, warte. Zocker Rucksal. Wie abonnieren. Und Laralei. Warum? Das sind deine Hände. Deine komische Narbe. Leute, Mundaufnahmen. Das war's. Das war's. Ich schlag mich. Und wenn das hier runter, das hier runter wäre. Aber da gehen wir rein. Das war's jetzt. Ich habe mich übermorgen. Das ist das geilste Lied, das habe ich mit zusammen. Leute, wir müssen jetzt gleich einen schnellen Cut machen. Wir sehen uns an der Nacht wieder. Weil er will mir jetzt nicht so zeigen. Wir hören erstmal, ob das irgendetwas ist. Das ist Alon und noch nicht. Die Leute machen keinen Cut. Bis dann, Leute. Tschau. Da, die Leute machen dann nach unten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020